ich habe nicht erschreckt weil ich so krass bin ist sauer was habt ihr das gesehen was war das denn schön schöne organisation schöne mann finde ich sehr sehr gut mit die roten nasen wo die helfen nicht wahr gut aber wir haben noch einen schönen mann hier auf der couch denn auch eine organisation auch noch ausgesucht hat ja hallo wo ist mein brief der postbote war nicht da er hat mir am nächsten tag den zettel da gelassen da stand drauf ich kann nicht kommen ich habe gehört durch die tür habe ich gehört wie du dir Mikrowellen essen machst und ich hab Angst vor Mikrowellen strahlen keine post mehr für dich solange du Mikrowellen essen kochst keine post mehr für dich ich mag dich aber sonst ganz gern oh oh sieht er mich gleich er sieht mich gleich oh nein oh nein was willst du mich auswilden sehen nein hat nein 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 hast du mich ja nein hast du nicht hab ich hast du nicht das ist heute sauber gemacht worden ist heute wer wie was das ja die das wieso weshalb warum wer nicht frag bleibt dumm wieso weshalb warum wer nicht frag bleibt dumm wieso weshalb warum wer nicht frag bleibt dumm wer nicht frag bleibt dumm das ist der mund voll song ich glaub den mund voll song mein mund ist voll ich wollte jetzt nicht sehen aber ich ging mir den mund voll du kannst den mund nicht voll haben der mund ist voll mund voll ich hab den mund voll ich sollte nicht sehen ich hab den mund voll mund voll schon wieder was rausgefallen er er Untertitelung des ZDF, 2020